Jemandem beim Heiraten helfen. Die haben heute Abend, glaube ich, ne? Ist das heute, ja? Dafür hat dann unser Schlagzeuger das Fach gewechselt und spielt heute Bass. Heute vier Seiten. Keine Sticks. Und bei DSDS, bei Dieter Bohlen, haben wir Nachwuchsschlagzeuger rausgebrochen. Henrik Maaten am Schlagzeug als Gast heute Abend. Die ist in Polen zu eng geworden. Ein bisschen gespannt über den Bauch. Die ist in Polen zu eng geworden. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018